Letzte Woche habt ihr aufgemacht und wie geht das jetzt weiter? Wir werden peu à peu das Ganze noch verfeinern, finalisieren. Wir probieren mit unseren Kunden gewisse Dinge schon mal aus und kommen Stück für Stück gut voran. Jeder Kunde, der kommt, hat alle ein, zwei Wochen eine neue Attraktion. Das ist Work in Progress, das verspreche ich für 20, 30 Jahre. Was gibt es an Highlights, die oben schon geöffnet haben? Ein wunderschönes Restaurant mit Herz und Seele und was richtig Gutes für den Magen. Geöffnet? Ist geöffnet zur Zeit noch während der normalen Ladenöffnungszeiten und innerhalb der nächsten drei Wochen auch abends bis zwölf Uhr. Sieben Tage die Woche hat die Show natürlich geöffnet. Das heißt auch am Sonntag, die Gastronomie den ganzen Tag, die Möbelausstellung von zwölf bis 17 Uhr. Da kann man auch direkt einkaufen über eine App im Online-Store. Funktioniert das wunderbar. Des Weiteren gibt es eine super App, die das ganze Haus mit Gags und Gimmicks und Historie erklärt. Es ist für Überraschungen in jeder Hinsicht und Entertainment gesorgt. Langweilig wird es nie. Das verspreche ich. Und man kann sich die Zeit nehmen, uns zu besuchen, wann immer man möchte. Alles. Das ist doch der Beweis, dass wir das Möbelschleppen nicht verlangt haben. Das liegt uns in die Gäden. Warum? Weil wir sie lieben, unsere Möbel. Einfach dessen. Und wir haben so viele davon, dass die Wäsche abgeht. Genau. Leute, wenn ihr das Besondere wollt, müsst ihr zu uns kommen. Da fliegt kein Weg dran vorbei. ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.